Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Feed the Beast Tag 2 Schrägstrich Tag 32 Bei mir zumindest war die erste Session 31 Folgen und falls ihr euch jetzt wundert, dass ihr uns doch seit Ewigkeiten Tipps gegeben habt und wir sie nie befolgt haben, tut mir leid, im Moment ist nicht mal die erste Folge draußen So, komm an den Keller Aber ich wette, sie ist trotzdem gut angekommen Ich hab mich ein ganz bisschen mehr mit Elekt- Eddie und Pascal haben euch mal geholfen und haben euch einen Energiespeicher geschenkt Wenn ihr es nicht haben wollt, einfach zurückgeben Ja, danke, das hatten wir selbst schon Das war doch aus, oder? Haben die das jetzt angemacht? Ne, haben sie nicht angemacht, gut Ja, super, das 40.000 kann das Wieso ist das überhaupt geladen? Wahrscheinlich war ich noch kurz an, um zu testen Halt, was ist das denn? Jetzt hast du angemacht Was hab ich angemacht? Hä, was hast du gerade gemacht? Ich drück hier Hä, was drückst du? Äh, auf das Redstone oben rechts Warum lädt denn das? Jetzt hast du das angemacht Hast du einen Reaktor angemacht? Ne Warum lädt denn das dann sonst mit Energie? Doch, jetzt ist er doch an Jetzt ist er an Ja, weil der Redstone-Fackel an dem Block dran ist Und das direkt am Reaktor dran ist Das ist nicht gut Äh, mach das mal nicht Mach mal die Redstone-Fackel bitte weg Irgendwie davon Das ist mir echt ungeheuer Lass mal die vielleicht hier hinsetzen Und dann mit einem Redstone-Kabel verbinden Oder so Oder lass mal da irgendwas dazwischen bauen Irgendein Kabel dazwischen bauen Oder so Kann man die abbauen? Ja, bestimmt Wir wollten doch eh eine viel geilere machen Ähm, also wir haben uns jetzt überlegt Wir machen uns jetzt nämlich so eine MFSU-Einheit Heißt die, glaube ich? Ja Kurz schauen MFSU, glaube ich Genau Und dafür braucht man zwar ordentlich Sachen Aber, äh, ja Was machen wir jetzt einfach mal? Einfach mal ganz kurz testen Beziehungsweise erstmal machen wir eine MF-E daraus Und dafür brauchen wir vier Dias Ähm Einen Maschinenblock Und Goldkabel Okay Ja, der würde hier speichern Du hast gesagt, das Ding bau mal ab Was hab ich gesagt? Dass wir das Ding quatsch nicht brauchen Die Box Ja, also erstmal nicht Die kann man zum Weiterverbauen benutzen Äh, nee Äh, ich nicht Ähm, ich hab übrigens gesehen Wenn man rechtsklick auf die Warte Wenn man rechtsklick auf diese Dinger macht Dann zeigt das einem an Äh, wofür man das braucht Äh, nur für so eine Badbox-Minecard-Kombination Ach, naja, doch für ein Jetpack Hey, wir können das auch aus dem Jetpack bauen Willst du ein Jetpack haben? Äh, pfff Zum Bau von dem, von dem Tower gerade wär das gut Weil ich sonst immer hoch bauen muss Ja, dann macht ihr ein Electric Jetpack Ähm, ein Advanced Circuit brauchst du dafür Vier Refined Iron und zwei Glowstone Dust Nicht viel Also, lest nochmal vor Eine Badbox Ein Advanced Circuit Äh, eine Vier Refined Iron und zwei Glowstone Dust Vier Refined Iron Wo haben wir das denn? Haben wir noch welches? Äh, weiß ich ehrlich gesagt nicht Haben wir noch Dias? Vier Stück Ach, wir haben noch vier Stück Darf ich die alle vier benutzen? Jojo Okay Vier Refined Iron und zwei Redstone Dust Äh, ja Jetpack hieß das Ding, ne? Äh, ja, Jetpack, genau So Ähm, was brauchte man noch? Electric Jetpack oder das normale? Wie, ist das gleiche? Ne, es gibt ein Electric Jetpack Ja, die sind doch beide elektrisch Welches hattest du denn? Oh, ne, das macht man anders Empty Fuel Can Ja, guck, das kann ich nämlich gar nicht machen Ähm, Advanced Circuit, was braucht man nochmal? Dafür Redstone, das ist klar zu werden Empty Fuel Can Empty Fuel Can kann man aber eigentlich einfacher herstellen Das ist leer zu dir Äh, wir brauchen, ey, für das andere Das ist aber einfacher herzustellen eigentlich Redstone Vor allem, wir brauchen nur den einfachen Na, egal, mach was du meinst Jetzt ist es auch ganz einfacher herzustellen Refined Iron Ähm, immer Copper Cable haben wir noch Äh, haben wir doppeltes Gold Kabel, doppelt isoliert Ja, einfach isoliertes Aber nur zwei Stück Wir brauchen vier und doppelt isoliert Ja, wir brauchen vier und doppelt isolierte Kabel Wir haben keinen Rubber mehr Kannst du Rubber holen? Da ist noch ein Rubber Sticker Reel Eason Ja, bau, bau Ah, da Ja Ja, wir sollten nochmal so einen Extractor machen Weil das Rubber brauchen wir glaube ich doch noch ein bisschen Na egal, den Extractor machen wir irgendwann mal Rubber würden wir immer gebrauchen, klar Ja, also so einen Extractor bauen wir uns gleich noch Tatsächlich muss man ganz kurz was gucken Es gab irgendein Tool, womit man so Ja, hast du eigentlich den Reaktor abgeschaltet? Äh, einfach Redstone weggenommen Okay 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 Wie hieß denn das Zeug? Was machst du gerade? Also was suchst du? Ich suche gerade Werkzeug, womit wir Nein, nee Zeige Nee, das Sechel brauche ich auch nicht Da ist so ein komischer Hahn Hä? So ein Hahn, damit kannst du Gummi abtapfen So Kautschuk abtapfen Ja, ach nee Wie heißt das auf Englisch? Äh, kann ich dir auch nicht sagen Gib mir Holz, ich baue es dir Ich weiß, wie das geht Du weißt, wie das geht? Ja, ja, das habe ich gestern schon mal gebraucht Für irgendein Gerät Für den Extractor braucht man das nämlich Du hast es selber eingesammelt Hier Du hast es wieder eingesammelt Geh doch einfach weg Ich stehe doch drin Geh doch einfach weg Boah, geh doch einfach weg Danke Ja, ich will dein Film aus Ich lasse ein Inventar raus Das ist gerade Krasser Shit, ne? Krasser Scheiß ist es das Willst du nur eins, ja, ne? Äh, ja Oh Mark Was ist denn heute los, ey? Das war eigentlich nur ein Witz, aber egal Ja, hab's Und was kriegst du da genau raus? Achso Stick erasen Kriegen wir das direkt raus Das irgendwo ein Baum klebt Perfekt Äh, da Da oben Hier Okay Wieso baust du uns Holz ab? Ich glaube, weil das da auch rauskommt Glaube ich Ne, oder auch nicht Ja, das wird beim Abbau und kommt das auch raus Wächst das danach, das Dicke Raisin? Ja, klar Ja, dann müssen wir die Bäume gleich mal pflanzen Mit so einem Extractor kriegst du aus einem Sapling Aus einem Gummibaum-Sapling kriegst du ein, äh, Gummi raus Ja, wir brauchen die Gummibäume aber noch ordentlich Deshalb lassen wir die stehen Naja Wir müssen das Haus hier Wir bauten direkt neben unser Haus ein Haus Das war gestern noch nicht da Wo? Das Haus hier Ranch Was ist das denn überhaupt? Ich brauche mal in den Keller Warte Ranch Dafür braucht man nur vier Bronzer Was macht man denn damit? Oh, ich glaube Pascal Och Mann, wieso Was willst du denn jetzt direkt neben unserem Haus? Aber schon voll viele Geräte und so, ne? Alter, komm mal rüber Ja, aber wir haben mehr Guck mal runter hier Ich bin doch direkt neben dir Was ist das Ding? Hier? Ey Ja, das ist um dein Jetpack zu laden Du hast aber noch kein Jetpack Alter, der hätte schon mit irgendwelchen Kabeln Sonst was? Sonst was, was hat denn der da? Warte, bleib mal da stehen Dann weiß ich, dass das da drunter ist Ja, das ist Transformat Generator Generator Zwei Elektro-Stromkreisläufe Glas und Kohlestaub Ganz einfach eigentlich Ja Okay, das ist halt irgendwie krass schwer Aber wir haben jetzt Atomkraftwerk Ja, eben Wobei das Ding auch übelt Je nachdem, welche Stufe du davon machst Kann das übel abgehen Ja Aber ohne Witz Der hätte sein scheiß Haus Mal sonst wo hinbauen können Wieso muss er das direkt neben unseres? Sagen wir ihm Er soll das bitte umbauen Ja, das ist nämlich echt Das ist irgendwie Kann ich ja alles einkaufen Also erstens Ich finde das Haus nicht gerade Jetzt irgendwie schön Das sieht aus wie Na Naja Ist nicht hässlich Aber ich find's auch nicht schön Und außerdem Er kann das doch sonst wo bauen Wenn er das noch größer machen will Und ich gehe davon aus Dass er das noch irgendwann größer machen will Dann ragt das bald in unser Haus rein Ja, vor allem in unsere Höhle da unten Ja, das sowieso Naja, okay Also ich brauche jetzt zweimal isoliertes Goldkabel Und, ja Ja Achso, nee, jetzt wollte ich Ähm, also du müsstest mir jetzt erstmal ganz viel Gummig Ne, schmeiß mir mal Gummi her Ja, ich muss das Gummi auch erstmal in den Ofen tun Achso, ja klar Dafür muss der Reaktor an sein Ja Wir haben übrigens gelesen Also ich habe gelesen Ähm Dass man tatsächlich nur Vier solche 60k davon braucht Also solche doppelten hier Äh, vier so 60k Dinger Und dann Äh, ganz viele von solchen Lüftern eben Das wäre eigentlich nur das Wichtige Und es reicht, wenn man vier von diesen Alter, was ist da gerade in die Luft geflogen? Coole Cells hat Ich weiß es nicht, aber ich war es nicht Ja, ist gerade irgendwas in die Luft geflogen Also nicht in unserem Haus Wer ist denn auf dem Server? Nur wir beide Vielleicht war es ein Donner Ich habe es gehört, aber ich habe es nicht gesehen, wo das war Vielleicht war es ein Blitz, der irgendwo angeschlagen ist Was meinst du? Für mich ist es sicher Also es ist nichts in unserem Haus Du siehst doch Unsere Geräte stehen Ja, ich sehe es, ich sehe es Und weiter oben hatten wir ja nichts Vielleicht ist ein Creeper explodiert Wegen irgendwas Nee Keine Ahnung Oh geil Toll wo Hä? Wir können uns eigene Strings anbauen Warum? Würde ich das hier haben Also warte, du hast jetzt den Reaktor angemacht Ja? Gut Sechs Gummi Sollte erstmal reichen, danke Na, wobei Nee, ich glaube, das reicht nicht mal Guck mal, ich habe jetzt schon Sechs Strings hier rausgeholt Aus zwei Pflanzen Ja Wir können uns dann langsam endlich mal Betten bauen Vier Will ich aber gar nicht Will ich aber gar nicht Ja, ich versuche gerade mit Gummi Also sparsam hier Kabel herzustellen Ja, so kriegen wir es hin So kriegen wir es hin Sehr schön Was ist das für ein Diamant, den du hast? Ach nee, das ist Rubin, ne? Hä, das ist kein Rubin Das ist so ein Energy Crystal Das kostet einen Diamant und Redstone So, also ich habe jetzt noch zehn Goldkabel unnütz gebaut Das tut mir leid, das ging nicht anders Und ja dann zack, 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 zack und zack Und schon haben wir unseren MFE Ja, ich habe einen MFE gebaut Ja, ja Gut Der speichert uns jetzt erstmal ein bisschen Energie Das andere war, diese Bettbox speichert 40.000 und der hier speichert Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich 600.000 Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich So, warte Amit if full Amit if partially filled Amit if empty Was heißt denn Amit? Amit ist doch sowas wie Ausstoßen Do not out Sag mal, geht der Ofen noch? Versuch mal irgendwas in den Ofen zu tun Passiert da was? Ähm Geht der Ofen? Ich hab grad nichts zu meinem Bird Dog Ja, geht Ah ne, aber der kriegt, verliert Strom Okay Ähm, warte Hast du noch zwei Kabel? Oder zwei Gummi? Äh, Kabel, aber kein Gummi Nur Kabel, unisoliertes Kabel Ähm, kriegst du jetzt, kannst du jetzt arbeiten? Nö, verliert Echt? Kommt nix raus? Nix Und jetzt? Verliert Da kommt nix an Ja Hä? Muss man den mit Redstone betreiben vielleicht? Nö, der kriegt doch eigentlich Strom Oh nein Wenn man das abbaut, wird ein Maschinenblock draus Voll froh Boah, woher soll ich das denn wissen? Marc? Ich brauch Gummi Ja, ich brauch jetzt auch erstmal selber Gummi Oh fuck, weißt du, was das Schlimmste ist? Äh Ich geh lieber mal Diamantenfarm Da hab ich jetzt überhaupt nicht mitgerechnet Hätte ich wohl mal lieber mitgerechnet Oh, Creeper Äh, kannst du Kannst du Kohle zu Staub machen und Dias herstellen? Ich geh in der Zeit fahren Wir brauchen erstmal Strom Haben wir Strom? Ja Ja, an sich schon Bloß immer noch nix zum Speichern Boah, das hat jetzt vier Dias gekostet Meine Unvorsichtigkeit Das ist doch scheiße Ähm, ja Naja Kann vorkommen, sollte nicht vorkommen Boah, jetzt hat sich hier irgendeiner mit Cobblestone in unserer Höhle die ganze Zeit lang gebaut Das sieht auch noch voll hässlich jetzt aus In Höhlen geht's zwar nicht um Schönheit, aber Jetzt ist hier überall Cobblestone Ich kann mir sogar schon vorstellen, wer das war Ach Gott Boah, jetzt ist hier wirklich überall Cobblestone Ich mein's ernst Überall Oh Mann Da war jemand dumm, würd ich sagen Ja Naja Aber wenn's Pascal ist, werden wir ihn dann wegschicken Gefällt sonst keiner an, der hier irgendwie rumbaut Nö, ich wüsste Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung Silber sieht aber echt aus wie Diamanten, finde ich Naja Rumläuft wieder, okay Und wir haben aber keinen Meserator momentan Wir haben im Moment überhaupt keine Geräte, wir haben nur Maschinenblöcke Ah, ich nehm mal mit, was ich so finde, ne Ah, ich find, wir haben ne echt geile Stelle hier Wir können mal eventuell ne Wassermühle bauen Irgendwann mal Wasermühle, ich dachte, wir haben Atomkraft Ja, und irgendwie Ja, aber Atomkraft kann man auch irgendwann weg tun, weil, äh Gibt besseres, was Risiko Äh, was weniger Risiko ist Ich weiß es nicht, mal gucken Warte, hier ist noch Bummibaum, ne Nehm mal mit Ich bin jetzt wieder in irgendeinem Gang Von irgendeinem Lass mich raten, Fabi Kann schon sein, keine Ahnung Ach, Tungstenor Alles voll mit Tungstenor Hey, Lava Wow Ja, ich hab Essen dabei, alles gut Wir müssen mal gucken, dass wir bald unsere eigene Baumplantage machen Das heißt, so eins für ein bisschen Oder sortieren die Bäume Ja Ich bring nochmal Pilze ein paar mit Keine Ahnung, ob wir die brauchen Ja Ja, bloß Diamanten hab ich jetzt noch keine gesehen, leider Du hast ja letztens 8 gefunden Ich noch keinen einzigen Hey, der erste Gegner, den ich finde Heute der erste Gegner Ja, ja Wow, was hat der jetzt gedroppt? Shard of Minium Bogen Zwei Pfeile Voll viel Zeug Ich höre hier aber auch irgendwo Gegner noch Wo ist denn unser Kappa? Da ist unser Kappa Au, 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 au Alles gut Wie ging das jetzt nochmal? Circuit, Circuit Let's turn on Refined Iron, okay Ah ja, haha, Gegner, klar So, jetzt haben wir ein Circuit Und jetzt ging das Ging das so So Und Warte, erst mal Fackel setzen, damit man hier auch was sieht Ging das nochmal, scheiße Wo? Oh Ach, die Futschtaste Loll, Creeper Redstone 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 Lowstone Also irgendwer war an dieser Mine schon mal, aber nur so halb Und der ist perfect Gut Ach Mann Ich will mit X-Ray spielen Ich brauch Dias Egal, äh, bist du schon am Kohle schmelzen? Also Stau, äh, einstauben Wir haben keinen Metherrater Und was brauchen wir, um einen zu bauen? Keine Ahnung, ich bin aber gerade am Jetpack dran Oh mein Gott Ja Der Kühlturm ist doch nur Fassade, das ist doch vollkommen egal Ich komme hier erstmal um die wirklich wichtigen Dinge Warte, du brauchst für einen Metherrater nur Maschinenblock, elektronischer Kreislauf, drei Flint und zwei Cobblestone Eigentlich nicht gerade viel Bitte Scheiße, wie kann ich den Jetpack denn aufladen? Aufladen? Ja, nur auf so einem Pad Ne, man kann den auch in eine Maschine packen Ehrlich? Ja Vielleicht in den Wir haben ja einen netten Nachtbar bestimmt Und Aua Vielleicht in den MFU oder so MFE meine ich Jaja, irgendwie sowas war das Naja, hier waren wir aber, das weiß ich noch Das ist unsere Wir haben ja einen netten Nachbarn, der leitet uns bestimmt was Strom Hä, wer denn? Ja, der, der auch das Pad hat Achso Ja, der hat ja Solarenergie, ne? Ja, ich mein Kann man ja mal nutzen Umweltfreund Da muss er auch für uns gut hier eigentlich Ja Mal ein bisschen mitproduzieren Dafür, dass er dann immer in der Nähe darf Nur darf er trotzdem nicht Okay, dafür, dass er nicht mit einer Nuke in die Luft sprengt Genau Dafür, dass er weiterleben darf Ja Boah, hier gibt's aber auch echt nirgendwo Diamanten, ne? Aber ist eigentlich meine Map nicht so eine Art X-Ray schon? So halb, weil ich die sämtliche Gänge, die hier sind, so sehe So eigentlich auch nicht so gedacht Yay, ich bin auf unserem Dach Äh Schön Oder so Wie läuft ich jetzt eigentlich hier hoch? Ich gehe jetzt mal auf Fabis Dach Und dann? Keine Ahnung, mal gucken Oh, hier habe ich mich mal irgendwann hochgebart Fabian hat auch Solarpanel Wer? Fabi Achso Der ist Fabius, ne? Fabius, ja, Entschuldigung, ich vergesse das immer Das ist zu, den habe ich noch nie gehört Ich muss aufpassen, wenn ich hoch springe, Alter Wenn ich einmal springe, fliege ich erst mal 30 Blöcke hoch Ja, du kannst aber Fallschaden kriegen trotzdem noch, ne? Ja, ja, ich weiß Oh, das Ding hält Hallo, is anyone there? Natürlich nicht Is anyone there? Ja, diese Turrets nerven schon so ein bisschen Was ist der denn da? Was hat Oh, meine Spitzhack ist gleich kaputt Kannst du mir eine vorbeibringen vielleicht, oder so? Äh, ja Mit deinem Jetpack bist du jetzt bestimmt hyper schnell bei mir Nee, dadurch bist du nicht schneller, du fliegst mir halt hoch Naja Und ich kriege übelst viel Fallschaden immer wieder Ich brauche nur einmal springen, bin ich weiß nicht wie hoch Woah Hoi oi oi So Doch lieber wieder weg hier Keine Lust gleich in der Lava zu schwimmen Scheiß Tungstenohr Die ganze Zeit nur dieses behinderte Tungstenohr Dann schauen wir jetzt mal weiter Ich hätte es sogar auf der Map wahrscheinlich gesehen Ich gucke zu wenig auf die Map So, dann gucken wir mal, was braucht man alles für einen Metherator So Hier hat Flint, Cobblestone, elektronischer Kreislauf und ein Maschinenblock Maschinenblöcke haben wir sogar noch zwei, glaube ich Oh, schon wieder Kabel, alter Verarsch mich Oh, ich lasse jetzt alles liegen und suche nur noch Dias Hier gibt es ja nix, hier gibt es ja nur dieses behinderte Tungstenerz Ist zwölf nicht die Dia-Ebene? Ja, ne? Ich meine Obwohl das Copper brauche ich noch Habe ich noch eine Umsatzspitzsacke? Nein, natürlich nicht Ich wette, ich finde gleich welche und dann ist meine Spitzsacke kaputt Das wäre wieder sowas von typisch Maschinenblock Ein Iron brauchen wir, ok Flint und Cobblestone Flint Ach, Inventar ist mal wieder voll Cobblestone Aua Bei Redstone Ach komm Decks von den Kabeln Was brauchst du? Äh, Dings, den Metherator wieder Ok Electronic Circuit Geht Geht doch Boah, ich wette, gleich finde ich irgendwo Diamanten und übersehe sie oder die Spitzsacke ist dann bis dahin kaputt Also an das, an den Metherator zu kommen ist nicht schwer Das geht Äh, warum war denn das so? Äh, okay So, Metherator Ja Lies mal hier an Soll ich mir so Sachen wie Saphire eigentlich hier als Wegpunkt setzen oder sind die nicht so wichtig? Ja, brauchst du nicht Ok, weil die sind Saphire, Uran und sowas, aber Kupfer So, was wollt man denn Metherator fucking Kohle, ne? Äh, ja Damit wir Dias wieder herstellen können Genau, die Kohle brauchen wir jetzt auch nichts mehr für irgendwas anderes Deshalb passt das eigentlich ganz gut Na, verfackeln vielleicht Äh Warum? Nee, nee Natürlich, verfackeln brauchen wir die schon noch Hin und wieder so ein bisschen Ja, schon, aber bestimmt gibt's da auch einen Ersatz für einen besseren, irgendwie Taschenlampen oder sowas Wäre cool Ach, ich hab vergessen, dass ich das Setpack anhabe und bin erstmal gerade voll hoch geflogen Ok, liegen voll viele Erze rum, aber keine Diamanten Ok, ich bin auch noch ein bisschen hoch dafür, aber trotzdem 14 Fackern hab ich noch, so lang schau ich noch Das Ding ist nur, ich komm hier nicht mehr raus Wahrscheinlich, so Was ist das? Meadows Hive Meadows Hive Ich weiß leider gar nicht, was ich mit diesem Hive hier machen kann Ich weiß auswendig auch nicht Hive Ist kein Part-of und kann man nicht bauen Ja, keine Ahnung Wird wahrscheinlich zu nem anderen Mod Ja, ich kann uns damit eh nichts machen Keine Ahnung Dann geht's mal hier hoch Achte, ich bin schon an der Oberfläche Moment So, ähm, wo muss ich lang? Da sind meine Wegpunkte 250 Meter Hey, hier ist ein Enderman, ich töte den mal Hier sind voll viele Gegner Aua! Aua! Jetzt muss ich irgendwas wegwerfen Ein Holzblock Und... Kies Bam 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 Haben Sie keine Chance, die kommen schon Skelette Was ist das? Obsidian Totem Fuck, jetzt habe ich keine Spitzlacke mehr Ohhhh, weißt du was hier für Blöcke rumstehen? Wotten Warte, das ist ein MFSU Power Level Hä, wo stehen die? Jo, hier so 150 Meter von unserem Haus weg. Warum? Weiß ich nicht. Ach, der hat einen Nuklearreaktor hier. Wer? Allexperts. Allexperts, bitte nichts nehmen. Versuch es nicht mal. Privat, XD. Oh, fuck. Was? Da war ein Creeper und hat ein Loch gesprengt. Ich habe jetzt leider kein Schild dabei, sonst würde ich sorry schreiben. Der hat dann ein Nuklearreaktor, Alter, ich sollte da lieber weggehen. Das solltest du allerdings tun. Aber der ist aus. Oh man, das ärgert mich jetzt voll. Wir brauchen jetzt vier Stacks Kohle, um das zu bauen, ne? Na, dann sammel mal fleißig. Ich habe schon. Das ist doch gut. So, ich habe jetzt ein bisschen über einem Stack. Haben wir schon wieder einen Meserator? Ne, einen Generator. Doch, doch. Achso. Neben dem Ofen. Wie ging das nochmal? Man musste den Kohlestaub... Äh, ja, ja, doch. Ich weiß wieder, wie es ging. Ach, wir haben noch ein bisschen Kohlestaub. Sehr gut. Aber die ganzen Ärzte, das machen wir gleich. So. Nein. Ähm, warte. Aua. Coal Dust. Coal Ball. Genau, wie machte man den Coal Ball? Ach, genau. Ey, kannst du mir Flintstone zuwerfen? Ich bin gerade im Keller. Ja. Ja, dann komm mal her. Komm mal her. Bitte. Komm gleich rüber, ey. Wirf mir mal acht Flint rüber. Ähm, wo bist denn du? Äh, hier oben. Direkt, er, erdgeschoss. In den Flint gerade nicht. Moment. Vielleicht eine goldene Kiste? Wir haben nur sieben Flints. Ja, dann wirf halt mal sieben rüber. So. Wir haben echt nur sieben Flint. Das ist aber traurig. Wir haben da aber Käse im Keller. Naja, ja, das ist nicht das Problem, aber trotzdem. Hätte gedacht, dass wir mehr haben. Ähm, na gut. Äh, so, diese Kohlebälle haben wir jetzt schon. Die müssen wir, wir brauchen einen Kompressor noch, ne? Äh, ja. Hä, was hab ich jetzt gemacht? Will er alles kaputt? Ja. Ach, da wollte ich den Horkan spazieren, egal. Sechs Stein, Refined Iron, Redstone. Bin hier auf ner falschen Ebene, echt super, Marc. Haben wir noch Refined Iron? Haben wir noch Refined Iron? Nein, natürlich nicht. Haben wir noch Copper Cable? Nein, natürlich nicht. Doch, wir haben Copper Cable. Also, ich seh' sie nicht, ne? Wir haben vier irgendwo. Wir haben vier Kupferkabel? Ja. Ach doch, da unten, stimmt. Ich brauch aber sechs. Ähm, was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Wir machen das erstmal auf einen Stack. Machen hier nochmal Refined Iron. Ach, du hast schon, perfekt, du hast den kompletten Stack Stein. Das ist dir ganz gut. Dann kann ich jetzt nämlich, ähm, was wollte ich jetzt dafür reintun? Ach genau, ich wollte das Eisen reintun, um Refined Iron draus zu machen. Und dann Redstone hatte ich noch und das, das Restliche war eigentlich kein Problem. Ja, jetzt brauch ich nur noch Kupferkabel halt. Aber die kann ich eigentlich gerade herstellen. Aus unserem tollen Kupfer und dem Gummi hier. Ey, Höhengeräusche, wuuuuh. Hab's heute auch gehört, ja. Ja, das reicht natürlich nicht. Ähm, haben wir noch ein Gummi? Lose gucken. Ne, ich hab drei, aber hast du noch eins? Ich hab nix mehr. Okay, dann müssen wir das jetzt ganz doof machen. So wie eben bei dem, äh, bei dem Goldkabel. Machen wir uns hier von sechs. Und machen das so. Haben wir jetzt wieder unnötiges Kupferkabel halt rumliegen. Dann machst du ja noch immer. Ja, das geht dann, dann geht das, aber das ist dann halt nicht so toll. Egal. Alles gut. Mach dir keine Sorgen. Ja, ja. So, wie ist es bei einem Refined Iron? Das ist Zinn. Äh, ja, super. Also, Redstone. Ähm, Refined Iron. Und die Kabel. Zack. Zack. Dahin. Dahin. Nein, weiß ich nicht mehr. Ähm, Kompressor. Was kriegt man da raus? Acht Refined Iron, ja, okay. Ähm, und sechs Steine. Guck mal, ich... Guck mal, wie dieser Marble Brick aussieht. Sekunde, bitte. Hör ich gerade mal hier so. Äh, was denn? Du hörst doch schön. Äh, sag mal, können wir noch irgendwie was anschließen hier? Kellerwände benehmen. Ähm. Also, noch ein Gerät, meine ich? Kabel verlängern muss er. Wie denn? Wird das nicht, 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 ja. Wieso? Wird das hier an die Wände machen, weil sonst verbindet sich das Glas mit den Blöcken. Das sieht voll scheiße aus. Von außen. Ja, dann mach das so. Also, wenn wir genug Kabel haben, ich hab jetzt keins mehr. Eins, zwei, drei. Wir haben allgemein wenig Kabel. Ähm. Oder können wir unisoliertes Goldkabel nehmen? Kannst... Ne, ne, ne. Unisoliert wird nicht funktionieren. Das ist doch auch nicht isoliert. Das ist klar, Faser. Das musst du nicht isolieren. Da kannst du versuchen. Aber ich glaub, dann darfst du da nicht drankommen oder sowas. Ich hab keine Ahnung. Wir testen's mal, okay? Ja, ja. Ich schlaf da mal gegen. Dann bin ich gleich tot oder so. Läuft? Warte, äh, äh, weiß ich nicht. Nö, läuft nicht. Was wollte ich compressen? Ne, Stein kannst du auch nicht compressen. Warte mal. Hör mal auf. Mhm. Ne, passiert gar nichts. Nö, krieg keinen Strom. Ähm, ja, dann... Das solltest du vielleicht nur mit Gummi irgendwie machen. Ey, wir haben kein Gummi mehr. Ja, dann bau die Bäume halt ab. Hier stehen überall ums Haus so Gummibäume. Aber nachher wieder hinpflanzen, bitte. Ja, warte, ich such mal dieses Ding da zum Abzapfen. Lass erst mal abzapfen, bevor wir die abholzen. Ja, es sind nur diese mit dem ganz dunklen Holz, gell? Die sind alle noch Saplings, wir brauchen immer Knochenmehl. Äh, in der Kist nirgendwo. Naja, jaja, ist nicht das Problem bloß. Ah ja, hier. Ja, das mache ich kurz jetzt. Knochenmehl, dann kriegen wir schneller das Zeug. Äh, dann keine Knochen. Da sind... Auch keine... Ach doch, Knochenmehl haben wir schon, sehr gut. Okay. Machen wir die Knochen hier auch noch dazu. Zack, haben wir 16. Ah, okay, ja gut, aber du kriegst... Weißt du, selbst wenn die Bäume gewachsen sind, dauert es ne ganze Weile, bis sie dieses Zeug kriegen. Ja. Also das bringt jetzt erstmal nichts auf die Schnelle, leider. Oh doch, die kriegen das teilweise schon. Oh, da kommt aber auch ordentlich was raus. Okay. Sonst kann ich gleich ganz viel Marble abfahmen. Dann machen wir die Wände aus dem Marble. Okay, ich habe jetzt auf jeden Fall erst mal ein bisschen Zeug hier. So, ich glaube hier auch 17 habe ich bekommen, sehr gut. Mesurator arbeitet schön weiter. Und mein Spitzhacker geht hier jetzt kaputt. Ja, mein ist auch kaputt. Ey, der Strom ist nicht mehr da. Wieso ist der Strom nicht mehr da? Da haben wir oben noch Strom. Ne. Das wagt rum. Der zeigt mir an, dass der Furnace nicht mehr Strom hat. Also er arbeitet weiter, aber es ist unsicher. Es blinkt so komisch. Es könnte sein, dass hier zu wenig Strom rausgeht. Wie viel denn? Ja, wahrscheinlich zu wenig. Wie viel kann ich dir auch nicht sagen. Auf jeden Fall müssen wir mehr Strom produzieren. Naja, das glaube ich noch nicht. Wir machen mal das Goldkabel weg. Also keine Ahnung, der Electric Furnace läuft zwar zuverlässig, aber er hat scheinbar kein Stromgewehr gespeichert. Ich weiß nicht, funktioniert der Generator? Ja, der Generator läuft. Wahrscheinlich nur noch so letzte Signale ab. Ich habe keine Ahnung. Okay, also was soll ich jetzt machen? Isoliertes Kupferkabel? Für hier unten? Wie oft isoliert? Keine Ahnung. Wir nehmen mal einfach isoliertes. Ja, sollte reichen. Ja, ich habe keine Ahnung. Ah, das ist zu wenig. Kann man das kleines Faserkabel irgendwann anderes verwenden? Wobei, jetzt geht es ja noch. Ja, wir müssen erstmal gucken, ob das hier überhaupt funktioniert. Ja, aber wir können ja mal gucken, was diese Person, die neben uns gebaut hat, für Kabel verwendet. Kupfer. Ja? Wir können auch eine Uranzelle machen, damit mehr Strom produzieren, notfalls. Hat zwar nichts mit den Kabeln jetzt zu tun, aber können wir trotzdem... Wir haben auch Kupferkabel genommen. Einfach isoliertes, wie es aussieht. Ähm... Obwohl, ich bin jetzt schon wieder. Gestert in meiner letzter Zeit. Hey, der hat einen Dia. Lass mal klauen. Ja. Haben wir auch nicht eine Aufnahme oder so? Was? Welche Aufnahme? Also ich nehme nicht auf, und du? Ne, ich auch nicht. Pass mal auf, irgendwann nimmst du wirklich nicht auf, weil deine Festplatte voll ist. Ne, so weit ist es noch nicht. Ja, hm, hö. Keine Ahnung, irgendwie... Boah, du brauchst immer so viele Sachen, um so ein bisschen voranzukommen. Ein Fehler und alles ist wieder weg. Ja, ne, 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 alles gut. Ergert mich jetzt nur, dass ich, äh, das so gefailt hab vorhin. Passiert. Ja, ich hab noch gar nicht genug Gummi. Dann gib mal Gummi, ne? Haha. Haha. Jetzt hat der Ofen auch wieder Strom übrigens. So. Na, wie viel Kabel brauchen wir denn? Hä, das geht nicht so? Na, okay, dann halt nicht. So, nochmal sechs Kupferkabel sollten jetzt reichen. Vielleicht kann man auch einfach, vielleicht liegt es auch gar nicht daran, dass die Kabel an sich nicht gehen, sondern einfach nur, dass die nicht, äh, funktionieren, wenn man die, äh, mit dem Glasfaserkabel mischt. Kannst mal gucken, ob der Kompressor jetzt irgendwie angesprungen ist. Kann ich gerade nicht, weil ich am Abbauen bin. Jo, ist er. Okay, isoliertes Kupferkabel funktioniert. Sehr schön. Ja, das, das natürlich funktioniert, also warum sollte es nicht funktionieren? Ja, weil unisoliertes Goldkabel auch nicht funktioniert hat. Ja, weil es unisoliert ist. Da geht auch Strom bei verloren. Naja, egal. Wir haben hier noch Sachen und ganz viele Erze und dies und das und... Achso, ja, wir brauchen... Oh nein, jetzt haben wir echt kein... kein Dings mehr, ne? Kein Dings? Ja, kein... Kein, äh, Flint. Ne, haben wir tatsächlich nicht mehr. Jetzt muss ich hier echt Kies holen. In die Deko-Cubinen hier. Äh, das Ding ist, ich finde... Doch, 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 da haben wir. Alles gut. Dann machen wir es mal so. Geht noch. Gibt's da irgendeine spezielle Taktik, wodurch man mehr kriegt? Alles Linter? Ne, ne? Ja. Okay, ich mach jetzt hier erstmal das ganze Haus voll mit Gravel. Ich baue das dann gleich ab. Ich hab doch noch ein Zombie-Root, ich wusste es. Gut. Hey komm da musst du jetzt mal ein Flint Ball rauskommen Ja da kommt kein Flint Ball raus ne oder doch da war eins Wow ich habe gerade ganz krasse zwei Flint aus einem Stack bekommen Nice one Ja super viel Ja ist mir auch aufgefallen Ich habe auf jeden Fall genug marble stone um hier Wände zu machen Ähm was muss man nochmal in die Mitte tun? Ein Redstone oder sowas ne? Was willst du denn machen? Diamant Was wolltest du denn machen? Obsidian war das doch oder? Äh Ja warte mal Cold Chunk genau genau Obsidian war das Aber wir haben aber gar nicht mehr so viel Obsidian gell? 8 oder so Echt? Haben wir noch so viel? Oh 8, 10 sogar 10 ja Ja dann ist ja alles gut Dann habe ich uns jetzt schonmal ein Dia wieder hergestellt Ah ja 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 hm Mein Inventar ist irgendwie immer voll das ist doof Es gibt hier auch so viele Items So Diamant ne also Hat ja gar nicht lang gedauert Boah alter wieso packt er sich denn mal das Zeug hier? So weg damit Ähm Noch irgendwelche Erze hier Zack zack Und ansonsten Ja ich brauche halt Flint jetzt Das wird jetzt ein bisschen langweilig glaube ich Was? Wie ich hier die ganze Zeit Flint auf und wieder abbaue Bei mir ist Raum nicht wirklich spannend Na vielleicht spule ich ein bisschen vor mal gucken Irgendwie so Mit lustiger Musik oder so Mal gucken Wir könnten hier unten ne Monsterfalle machen So dunkel kann das hier unten werden Okay Wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht oder? Ne danke brauche ich nicht Ne Monsterfalle? Brauche ich unten nicht Aber man wieso mach jetzt da unten die Kiste auch Warum denn nicht? Warum? Braucht man hier nicht Neun Nehmen wir dann Wie viel habe ich jetzt? Neun Na also Wie sieht es aus? Mehr Kohle, Staub, Junge Ähm Ja was brauche ich denn jetzt noch eigentlich Haben wir jetzt Ist doch noch ein Copper Cable Ja isoliert aber nur Äh ja genau das Okay wohnen im Keller? Ja schmeiß einfach durchs Loch hier oben Hier Achso sorry ich bin jetzt schon auf dem Weg Gut weil ich baue dann mal ganz kurz hier so um Dass der Strom hier rüber fließt Äh hä? Wohin? Weil dann kann ich die Fackeln nämlich richtig platzieren Hä das ist doch voll egal Nein Hä wieso machst du es nicht einfach da hin? Wieso machst du es nicht einfach geradeaus durch? Warum? Weil es kann Achso ja ok 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 Ok